Geht durch. Danke. Spring da hoch. Da. Hier findet er uns nicht. Hier findet er uns nicht. Bin ich? Kann der sich mal... Ih, nein, nehmt es nicht im Mund. Nein, aus, aus. Fein. Kann der sich jetzt nicht nochmal rumdrehen? Boah, mir wird schlecht von der Kameraführung. Okay, also hier kommt er angerannt. Ich hab den Schlüssel liegen lassen. Aber wie, wie... Ich muss mich also beeilen. Ich... Ich muss das Schloss aufschließen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Okay, ich muss den Käse nochmal machen. Es tut mir leid. Ah, ich hab versucht, an ihm vorbeizulaufen. Ah, es hat nicht funktioniert. Aber er hat irgendwas gespeichert. Natürlich... Na, okay. Boah, macht mich die Stelle fertig. Boah, macht mich. Ich hab voll auf die falsche Taste gedrückt. Okay, also. Wir sind wieder safe. Puh, ist das stressig. Oh. Ah, nein. Jetzt sieht er uns. Oh, was ein Honk. Okay, uns... Boah, das ist viel zu wenig Zeit. Nein! Hör auf, das mitzunehmen! Was machst du denn? Lauf! Verdammt! Wo hätte ich hin müssen? Warum hat sie das auch festgehalten? Ah, ich will das nicht noch mal machen. Okay. Oh, nein. Ich will das nicht noch mal machen. Ach... Oh, verdammt. Das war witzig. Okay, nochmal. Oh, das war wahrscheinlich auch spannend hier. Was macht der denn jetzt für komische Runden? Du findest uns nicht. Wir haben uns versteckt. Geh wieder an die Arbeit. Aufzusuchen. Los, aus. Oh, oh. Was haben wir denn jetzt getriggert? Komm. Oh, fuck off. Boah, Alter. Das ist ja voll anstrengend, da reinzukommen. Nein! 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 Das kann nicht sein. Nein! Oh! Oh! Ja. 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 Das... Hä? Das kann jetzt nicht sein, ey. Nee. Ja. Ja. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Ich kann nicht mehr... Das war so furchtbar. Was muss ich denn jetzt hier machen? Okay, da hochklettern. Oh, war das schlimm. Das war wirklich, wirklich schlimm. Okay. Ich kann hier unten durchkriechen. Wie kalt... Oh, es gibt mehr von euch. Oh nein. Da muss ich durch. Das sind Gitter. Da hinten ist das Ziel. Okay. Okay. Oh Gott, im Himmel ist das furchtbar. Es ist so, 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 so schlimm. Was passiert, wenn ich hier rauskletter? Okay, das finden die nicht so geil. Das finden die nicht so geil. Oh oh. Ach guck mal, da geht einfach wieder zurück zum Waschen. Schön. Ja, benutzt den Pömpel. Ja, benutzt den Pömpel. Ich würde ja gerne wissen, was der andere macht, aber ich sehe es nicht. Warum gibt es überhaupt so viele von euch? Komm, dreh dich mal wieder weg. Wie ist das denn jetzt hin? Okay. Solide Arbeit. Zisch ab, komm. Zisch ab. Oh oh. Ich muss ja wahrscheinlich diesen Hebel halten. Nicht wahr? Ja, komm. Äh, ja. Was, was, hä? Was hätte ich denn jetzt tun sollen? Aber ich verstehe dieses Spiel manchmal überhaupt nicht. Das ist nett, dass du wieder hier speicherst. Aber vielleicht gehe ich einfach mal durch die Tür. Wie wär's? Nein. Ich kann nicht einfach durch die Tür. Okay. Was wäre, wenn ich versuche... Ach, ich... Nee, ich komm nicht hoch. Also das... Den Sinn hat es nicht. Aber welchen höheren Sinn hätte es denn dann? Ah, ich kann mich da ja wieder verstecken. Okay, wir probieren's nochmal. Ach komm bitte, nimm es einfach und mach. Da. Sag ich, ich hab die dadurch verarscht. Du kannst doch bestimmt da reingreifen. Der eine wäscht wieder, oder wie? Wascht ihr nur weiter. Das ist bescheuert. Aber was hatte das für einen Sinn? Ich muss wahrscheinlich irgendwo hochklettern. Das... Könnte ich mir jetzt da drunter vorstellen. Ja, ich muss auf den Haken kommen. Das ist so... So weit... Hab ich verstanden. Nur wie komm ich denn da hoch? Hat sich's die Frage, hm? Ah... Oh... Oh... Ist das gemein! Okay, ich hab rausgefunden, wie wir da hochkommen. Und leider, leider ist das nicht sehr schön. Okay, er kommt wieder. Oh oh. Na, der hätte er uns wahrscheinlich gar nicht entdeckt, wenn wir da jetzt grad nicht rausgekrabbelt wären. Okay. So entdeckt er uns natürlich. So nicht. Okay, wir müssen beobachten, was sie tun. Kannst du mal wieder aus der Mitte weggehen? Ich müsste mal hin. Jetzt kommt der andere Dude natürlich auch wieder. Ich glaube, wir haben uns die Chance vertan. Ich glaube, jetzt ist vorbei. Schluck auf da vorne, oder was ist los? Ich glaube, die knutschen heimlich hinter dem Teller statt. Die wollen nur nicht, dass wir es sehen. Jaja. Ah! Bist du des Wahnsinns! Was zur Hölle war das denn? Spring doch seitlich, wenn ich A drück. Mein Gott! Springt die da nach hinten weg? Ich glaube, die ist ein bisschen lebensmüde. So ein bisschen ist sie. Okay, dann nochmal das Ganze. Oh, warum hängst du dich auch jedes Mal da fest? Komm weg. Komm weg. Na gut, guckt nochmal nach uns. Ich finde das Spiel ist ein bisschen anstrengend insofern, dass man nicht sofort weiß, was man tun soll, wenn man es dann weiß. Man hat so einen minzi kleinen Timeslot, wie das gerade mit dem Aufzug. Das ist wirklich so... Du musst es so gut abpassen, dass das hinhaut. Und ich finde das ist mal cool, aber wenn das die ganze Zeit so geht, ist es ultra stressig. Also so geht es zumindest mir so. So süß sind die sich runterbeugen, so diese dickbäuchigen hier. Ja, ich weiß, es ist beleidigend. Aber ein bisschen knuffig ist es schon. Nichts, letzten Mal sehen Sie. Ist das nicht so gut? Und ich kann nicht sagen, was es für heute bin. innen. Oh Gott, ich kann nicht mehr schwimmen. Ich kann nicht mehr, wenn ich ihn so gut gebe, wenn ich den Kopf bin. Sie können nicht machen, wenn ich dann auch immer noch liebe. Jetzt kommen die ja wahrscheinlich durch die Tür, oder? What the fuck? Warum ist der so schnell? Hätte ich weiter festhalten müssen? Nein! Hätte ich da hoch müssen? Ich hätte da hoch müssen, oder? Komm. Hä? Ja, komm, schnapp uns das. Das war ein Fail nochmal von vorne. Also, sorry, bei aller Liebe. So schnell kann ich auch nicht rennen. Ja, okay, das geht definitiv nicht. Wir müssen sofort losrennen, sobald es losgeht. Na komm. Brennst du mal bitte? Hallo? Ich will sowas nicht spielen, wenn das so ätzend ist. Das ist einfach nicht cool. Oh, nee, nee, das ist ja furchtbar. Das stresst ja wohl. Oh, Alter, die schmeißen sogar noch Flaschen nach uns. Was ist mit euch? Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ah, okay. Neues Level? Ja, ja! Wir haben eine Errungenschaft freigeschalten, die Küche. Ja! We made it! Und... Wisst ihr was? Dann würde ich an der Stelle sagen, hier ist wieder ein Cut. Das war jetzt über eine Stunde, wo ich für dieses Level gebraucht habe. Ich wette mit euch. Im Normalfall läuft man dann maximal eine halbe Stunde durch. Oh mein Gott! Okay. Ich hoffe, euch hat es bis hierhin gefallen. Beim nächsten Kapitel machen wir wieder weiter. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!